Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf dem FevoButler YouTube-Kanal. Ich bin Falk und möchte mit euch heute zusammen ein Inserat reviewen, das uns aus der Community zugeschickt wurde. Und wir werden zusammen in diesem Video schauen, was macht denn der Host richtig gut und was kann gegebenenfalls noch verbessert werden, damit der Umsatz, die Auslastung noch weiter erhöht wird. Von daher starten wir direkt rein ins Inserat. Ich habe euch heute ein wunderbares Haus mitten in der Vulkaneifel mitgebracht, das vermietet wird von Dorit und ihrer Familie. Wir gehen jetzt einmal zusammen das Inserat durch und dann werde ich rechts und links am Rande Bemerkungen vereinlassen, was mir positiv auffällt, was mir negativ auffällt, was vielleicht noch verbessert werden kann. Und zum Schluss schauen wir dann, was ich glaube, dass ihr an Umsatz macht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, a, was ihr glaubt, was dieses Haus hier an Umsatz erzeugt im Jahr und b, Dorit, falls du das Video siehst und das auch spoilern möchtest, kannst du ja gerne mal einen Daumen rauf oder einen Daumen runter lassen, ob das ungefähr so in die Richtung geht. Also, fangen wir an mit dem Titel. Eifel 21, stilvolles Haus in der Vulkaneifel. Den Titel an sich finde ich ziemlich gelungen. Wir haben hier am Anfang eine kleine Beschreibung der Region mit der Zahl 21 dabei, die einprägsam ist. Das heißt, für alle Gäste, die vor Ort sind, wissen sie, okay, das ist das Haus Eifel 21. Und ihr habt das auch in eurem Google-Eintrag, was ich ganz hervorragend finde, denn so schafft ihr einen Wiedererkennungswert. Weiterhin, kleiner Trennstrich, mit stilvolles Haus in der Vulkaneifel. Es doppelt sich jetzt hier ein bisschen, aber das ist unvermeidbar. Insgesamt ist der Titel gelungen und könnt ihr absolut so weiterverwenden, bin ich super happy mit. Kleine Unterbrechung. Wir geben ein Live-Webinar und zwar der gute Zacharias und ich zusammen, bei dem du teilnehmen kannst und Inhalt dieses Live-Webinars wird das Thema Revenue, Management und Marktanalyse. Das Webinar findet statt am 13. Februar und wir werden genau über diese Themen sprechen. Wie analysierst du vernünftig einen Markt? Wie leitest du daraus dann eine Revenue-Management-Strategie ab? Und in letzter Instanz dann natürlich auch, wie entwickelt man eigentlich einen perfekten Preis für die Ferienwohnung, die da vor Ort ist? Also, das Webinar ist komplett kostenlos. Du kannst dich da eintragen mit dem Link hier unter diesem Video. Würde mich freuen, wenn wir uns da persönlich kennenlernen können. Und am Ende des Webinars haben wir auch definitiv noch Zeit, dass wir ein paar Fragen klären, also so eine kleine Q&A-Session machen. In diesem Sinne, viel Spaß jetzt bei dem weiteren Video und bei dem Review. Dann kommen wir zur Übersicht eures Inserats. Diese fünf Bilder, die wir hier am Anfang haben, die sind unfassbar wichtig. Denn das sind die ersten Bilder, die einem Gast, einem Interessenten angezeigt werden und sollen einen wunderbaren Überblick über das gesamte Objekt bringen. Was ihr hier schon mal sehr gut macht, ist, dass ihr diesen Gesamteindruck sehr gut einfangt. Ich sehe häufig als Fehler bei anderen Anbietern daraus, bei anderen Hosts, dass hier fünfmal das gleiche Bild genommen wird. Und, keine Ahnung, fünfmal das Bett, fünfmal das Schlafzimmer. Das ist halt verschwendetes Potenzial. Und hier haben wir einmal das große Haus, ein Schlafzimmer, den großen Wohnbereich, wo feststeht, da können diese neuen Gäste in vier Schlafzimmern auch wirklich alle Platz finden. Ein Kamin, der gerade in der jetzigen Jahreszeit, Winter, gut gefragt ist. Aber auch hier draußen die Feuerstelle im Sommer. Also ihr fangt die Emotionen schon mal ganz gut ein. Das erste Bild hier, das ist der, also wir nennen es den Money Shot. Money Shot deswegen, weil das halt das Thumbnail ist, das wirklich das erste Bild, wo Leute draufklicken müssen, wenn sie euer Inserat überhaupt buchen wollen. Und je besser dieses Bild ist, desto mehr Traffic erzeugt ihr auf eurem Inserat. Insgesamt ist das Bild okay. Wir haben hier diesen kleinen Fokus vorne, oder der Fokus liegt ja auf dem Haus, aber im kleinen grünen Bereich hier vorne von den Bildern, die als allererstes fotografiert worden sind. Und für das, was das Haus hergibt, ist es mir ehrlich gesagt nicht epochal genug. Wenn man sich dieses Bild hier zum Beispiel einmal anschaut, von dem Haus, das ist viel interessanter für mich. Und ich würde eher auf sowas klicken. Das ist aber persönliche Meinung. Und da kommen wir schon zum ersten Punkt, nämlich, was einem Interessenten gefällt und was ihm nicht gefällt, das ist höchst individuell. Deswegen wäre es ein Tipp, hier als Money Shot, den einmal zu tauschen und zu gucken, wie sich eure Klickzahlen verändern. Wenn sich die Klickzahlen positiv verändern, wenn ihr zum Beispiel dieses Bild hier als Money Shot nehmt, dann würde ich das dort belassen. Wichtig ist aber, ihr müsst die Klickzahlen auch wirklich tracken. Insgesamt habt ihr sehr hochwertige Bilder. Also wirklich gute Bilder, die genau das einfangen, was diese Unterkunft auch ist. Nämlich ein ganz besonderer Ort, wo man eine Menge Spaß haben kann. Schönes Bild vom Weinregal. Dann kann man hier wirklich schaukeln. Das wäre richtig nice. Ein großer Esstisch, an dem auch gut alle Leute Platz finden. Das ist nämlich häufig bei größeren Unterkunften ein Problem, dass sie sagen, wir haben zwar Platz für neun Gäste und neun Gäste sind ja auch ausgewiesen, aber können auch wirklich alle neun Gäste an einem Tisch sitzen? Hier haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Gäste Platz. So sagen wir plus Kinderhochstuhl, kommen wir auf die neun. Insgesamt optimal geeignet für acht. Neun kriegt man da sicherlich auch noch irgendwie unter. Ich war tatsächlich letztens selbst zum Spielewochenende und da war das für mich ein ausschlaggebendes Kriterium, dass ich gemütliche Stühle am Esstisch habe. Also jeder, der so ein großes Haus hier einrichtet, der sollte definitiv auch Wert auf gemütliche Spüle legen, denn Menschen wie ich, die gerne Brettspiele spielen und dann auch mal gerne ein Spielewochenende irgendwo in so ein Airbnb fahren, die legen da definitiv Wert drauf. Stühle müssen sowieso an den Tisch und wenn man die Wahl hat zwischen einem ungemütlichen Holzstuhl und einem gemütlichen Stuhl, dann definitiv diesen, würde ich immer den gemütlichen Stuhl präferieren. Ihr habt einen Plattenspieler, ihr habt ein wunderschönes neues Bad, ein bisschen mehr Ernst, uns alle gut. Der Humor gefällt mir auf jeden Fall. Große, also auf jeden Fall große Fläche, viel Platz. Schön auch die Kinderzimmer gemacht, das heißt, ihr adressiert als Zielgruppe auch Familien. Dann kommen hier die Schlafzimmer und insgesamt legt ihr einen Fokus auf das, was ihr dort machen könnt. Boah, starkes Foto von dem Holzstoß hier. Ah ja, sehr schönes Foto. Sieht auf jeden Fall aus, als hättet ihr eine Menge Spaß bei der Vermietung. Insgesamt legt ihr den Wert auf die Aktivitäten und verkauft die Emotionen, die Gäste haben, wenn sie bei euch buchen. Und das ist richtig gut. Gut, das wird definitiv zu vielen Buchungen führen. Wenn wir uns eine Stadtwohnung zum Beispiel anschauen, da liegt der Fokus eher darauf, kann ich hier schlafen, kann ich mich hier versorgen, habe ich eine gut ausgestattete Küche, auf diesen Punkten. Und das heißt, das Schlafzimmer und die Positionierung der Küche, gerade auch das Badezimmer, das kommt weiter oben. Ihr legt hier durchaus gut Wert auf, was kann man alles in der Unterkunft machen. Also hier die Schallplattenspieler, draußen den schönen Gartenbereich, also auch der ganz klare Call an Familien, mit Kindern, mit Hunden, dass hier genügend Platz ist zum Spielen, direkt auch für draußen. Und das macht er definitiv auch gut. Was mir bei den Bildern fehlt, sind mehr solcher Bilder hier, die euer Objekt auch in den unterschiedlichen Jahreszeiten abbilden. Jetzt ist es vollkommen in Ordnung, dass ihr diese Bilder von Frühling und Sommer schon drin habt, denn ihr habt bei eurem Objekt eine Buchungsvorlaufzeit von ungefähr dreieinhalb Monaten im Medianwert. Und bei dreieinhalb Monaten buchen die Gäste also jetzt schon für den Frühling und den Frühsommer. Das bedeutet, dass diese Bilder hier perfekt sind. Wenn es dann aber so Richtung Herbst geht, dann wäre eine Idee, dass ihr die Bildereihenfolge einmal tauscht und die Bilder nach vorne packt, die winterlicher und herbstlicher aussehen, damit halt der Eindruck erzeugt wird, was passiert denn eigentlich in dem Zeitraum, wo die Gäste auch buchen. Weiter fehlt mir bei euren Bildern noch möblierte Grundrisse, dass einfach ganz klar ist, wo ist die Lage der Schlafzimmer, wie weit schlafe ich weg von meinen Kindern, wie weit schlafen, wenn ein Pärchen jetzt zum Beispiel mit einem anderen Pärchen unterwegs ist, wer schläft einfach wo. Das hilft gerade Reisegruppen dabei, sich zu orientieren und schon mal klar zu machen, alles klar, du kriegst das Schlafzimmer, du kriegst das Schlafzimmer und ihr, keine Ahnung, zahlt am wenigsten, ihr kriegt auch das kleinste Schlafzimmer. Da würde ich tatsächlich von der Reihenfolge der Bilder eure Actionbilder, sowas hier mega, dass ihr einen Kicker und eine Tischtennisplatte drin habt, fantastisch, weiter nach oben setzen. Also ganz klar, den Fokus auf die Aktivitäten legen. Aber das ist ganz ehrlich, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ihr habt wirklich fantastische Bilder. Diesen Money Shot, dem würde ich mal noch schauen, ob ihr das noch irgendwie krasser hinkriegt, dass der noch mehr Attraction da drauf lenkt. Aber insgesamt ist das Motiv schon super, denn es wird ja gezeigt, was ihr verkauft, nämlich ein ganzes großes Haus. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, nämlich dem Pricing. Pricing ist eine Sache, da kann ich Ewigkeiten zu erzählen. Und wir könnten jetzt hergehen und euren Markt mal auseinandernehmen. habe ich auch im Backend hier schon gemacht. Also ich habe mir die Marktanalyse mal bei RDNA angeschaut. Ich habe mir eine Marktanalyse bei euch bei Pricelabs angeschaut und festgestellt, dass ihr in einem relativ spärlich besiedelten Markt unterwegs seid. Also in einem Radius von ungefähr fünf Kilometern um euch herum gibt es gerade mal 34 Inserate. Und wenn man den Filter darauf legt, dass ihr vier Schlafzimmer habt, also eure Vergleichsgruppe mal eindampft, dann liegen wir gerade mal bei acht Vergleichsinseraten. Das heißt, über eine Angebotsanalyse kommen wir hier nur bedingt weiter. Aber was wir trotzdem feststellen können aus dieser Analyse, ist, dass wir eure Saisonen festlegen können. Und hier können wir ganz klar sagen, dass eure Saison ungefähr von April bis Juni ist die Vorsaison. Dann haben wir Hauptsaison ab Juni, Juli, August, September bis Oktober. Und Nebensaison ganz stark November bis März ungefähr. Unterbrochen von dem Dezember, der bei euch auch nochmal stark ist. Also, wir haben festgestellt, eure Saisonen sind Hauptsaison Juli bis Oktober, Vorsaison April bis Juni und der Rest ist dann Nebensaison. Das Ganze mit einer Buchungsvorlaufzeit gepaart von dreieinhalb Monaten. Was ist die Buchungsvorlaufzeit? Das ist der Zeitpunkt, wo Gäste abends an ihrem Schreibtisch oder an ihrem Handy sitzen, durch Airbnb durchscrollen und feststellen, wow, da würde ich gerne buchen, bis zur Anreise. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Zeitraum. Denn, wenn du zum Beispiel in einer Großstadt unterwegs bist, da ist die Buchungsvorlaufzeit meistens sehr, sehr kurz. Wir haben hier in Wuppertal beispielsweise eine Buchungsvorlaufzeit von so im Schnitt 10 bis 15 Tagen. Ganz einfach, weil wir ganz viele Arbeitsreisende haben, die ihren Aufenthalt halt erst ein bis zwei Wochen im Voraus planen. Wenig Tourismus. Gerade in so Ferienmärkten wie der Vulkaneifel, Ostsee, Nordsee, Bodensee haben wir bei saisonalen Zeiträumen viel, viel längere Buchungsvorlaufzeiten. Und das Pricing sollte darauf entsprechend angepasst werden. Also schauen wir mal, wie ihr euer Pricing gestaltet habt. Dazu schauen wir uns einmal hier eure Preisgestaltung an und stellen fest, dass ihr erstmal insgesamt schon sehr gut ausgelastet seid. Ihr habt Buchungen schon im Juli, im August. Und das matcht auch so ein bisschen mit dem, was ich gerade gesagt habe, was auch die Daten von Pricelabs und RDNA rausgegeben haben, dass eure Buchungsvorlaufzeit im Median, Median, nicht der Durchschnitt, bei ungefähr dreieinhalb Monaten liegt. Jetzt kann man natürlich nicht wissen, ihr seid eine große Familie, die das ganze Haus hier betreiben, welche von diesen blockierten Zeiträumen sind denn eure Eigenbuchungen und welche sind von tatsächlichen Buchungen von Gästen. Und wenn ich mir das hier so anschaue, dann gehe ich einfach mal in den erstmöglich verfügbaren Zeitraum, hier den 28. Januar, absolute Nebensaison bei euch und die erlaubt sogar Tagesbuchungen zu 280 Euro. Gehen wir mal weiter im Februar. Drei Nächte Mindestaufenthalt, immer noch 280 Euro. Im April drei Nächte Mindestaufenthalt, 288 Euro. Wir werden teurer. Wie sieht es denn so in unserer Vorsaison aus? Drei Nächte, 367 Euro. Okay, also ihr habt definitiv schon mal erkannt, dass ihr, ah halt, wir haben vier Nächte Mindestaufenthalt, 386 Euro Übernachtungskosten und sieben Nächte in der absoluten Hauptsaison im August, wenn Ferien sind, zu 390 Euro. Also ihr habt definitiv eure Saisonen erkannt und entsprechend nicht nur euer Pricing, also den Preis an sich, sondern auch den Mindestaufenthalt darauf angepasst, was sehr gut ist und sehr wenig Leute tatsächlich machen. Ein bisschen ein Dorn im Auge sind mir hier diese ganzen Wochenendbuchungen von Mittwoch bis Sonntag im Juni. Wenn ich feststelle, dass im Juni, ja, kann man machen. Also es ist gerade so an der Grenze, weil ihr wollt ja in der Hauptsaison, wenn ihr die größte Auslastung habt, auch möglichst lange Buchungen haben, also Wochenbuchungen und nicht euer Haus blockieren lassen von halt nur Wochenendbuchungen. Insgesamt kann man das schon machen. Was ihr hier auch gut macht, ist, dass ihr dann die Orphan Days nennt man die, also die Zeiträume zwischen den Buchungen rabattiert und entsprechend auch den Mindestaufenthalt da verkürzt. Hier haben wir drei Übernachtungen und hier haben wir auch drei. Ja, okay. Also hier haben wir nur zwei Übernachtungen. Das lässt mich vermuten, dass ihr ein Pricing-Tool entweder dafür nutzt oder sehr viel Zeit reinsteckt, das manuell zu machen. Hier im Juli könntet ihr auch schon überlegen, die Mindestaufenthaltsdauer auf sieben Nächte raufzuschrauben, weil, wie gesagt, Hauptsaison. Und sowas hier wollt ihr natürlich vermeiden in der Hauptsaison. Das killt euch die Rendite. Neben dem Pricing und dem Mindestaufenthaltsdauer ist ein weiterer großer Hebel die Storno-Bedingungen, die Storno-Richtlinie, die definitiv bei so einem sehr saisonalen Objekt in einer Urlaubsregion möglichst streng sein sollte. Die Storno-Bedingungen müsst ihr in Abhängigkeit davon wählen, wie weit in der Zukunft oder wie groß euer Booking-Window ist, wie weit in der Zukunft die Buchungen getätigt werden. Und wenn wir uns das hier so anschauen, dann habt ihr, ich muss ein Reisedatum angeben, ist nicht erstattungsfähig, alles klar, weil das jetzt so kurz in der Zukunft ist. Nehmen wir mal ein weiteres in der Zukunft. Also was habt ihr für Stornierungsbedingungen? Ihr habt die strengen Stornierungsbedingungen und das ist genau richtig. Wenn ihr irgendwann mal in einen Zeitraum laufen solltet, in dem ihr feststellt, wir kriegen wirklich gar keine Buchung mehr, dann könnt ihr hier von den strengen Stornierungsbedingungen auf moderat runtergehen und die etwas abstufen. Schauen wir uns einen weiteren wichtigen Aspekt des Pricings an, nämlich wie bepreist ihr denn eigentlich eure Personenzahl? Hier stellen wir fest, für einen Gast habt ihr schon 386 Euro und jetzt bin ich gespannt, wie sich das verändert. Es verändert sich nicht. Sehr hervorragend. Denn ein ganz wichtiges Konzept der Kurzzeitvermietung ist, dass du dir ins Gedächtnis rufst, was du eigentlich verkaufst. Wir verkaufen nicht dieses wunderschöne Ferienhaus hier, sondern wir verkaufen die Übernachtung in diesem Haus, was letztendlich Zeit ist. Und die Zeit, die können wir entweder für 386 Euro verkaufen, also gepreist auf unsere Maximalbelegung, oder wir können es verkaufen für, und das ist ein Fehler, den ich gerne sehe, sagen wir 200 Euro und dann 30 Euro je weitere Person, dass man insgesamt auch auf diesen Wert hier kommen würde. Aber du hast halt die Gefahr, dass du auch für einen geringeren Betrag verkaufen könntest. Was mich interessieren würde ist, wie sieht eigentlich eure durchschnittliche Belegung aus? Und hier würde ich mal schätzen, dass ihr bei diesem Objekt im Schnitt ungefähr sechs Gäste beherbergt. Oder was heißt, ich würde es nicht schätzen, das ist das Ergebnis der Marktanalyse und ungefähr 48 Prozent eurer Buchungen sind sechs Gästebuchungen dementsprechend. Könnt ihr hier überlegen, ob ihr eure Mindestgästezahl auf sechs Gäste festlegt, also 300 Euro ungefähr, und dann für jeden weiteren Gast 40 Euro nehmt. Ihr würdet insgesamt bei neun Gästen dann bei 420 Euro beispielsweise landen. Insgesamt bin ich mit eurem Pricing aber komplett zufrieden, da macht ihr schon ganz viel richtig. Die Bewertungen sind top. WLAN-Geschwindigkeit, ganz wichtiger Punkt, dass ihr das einmal getrackt habt. Ah, super, krass. Fünf Sterne beim Deutschen Tourismusverband, seid ihr zertifiziert, mega. Unfassbar viele Ausstattungsmerkmale. Also 73 ist sehr viel. Je mehr ihr hier angeben könnt, desto besser. Dann unfassbar gute Bewertungen, die auch, also es sind viele Bewertungen tatsächlich, dafür, dass Nebensaison ist. Da zeigt sich, dass sich eure Mindestaufenthaltsstrategie positiv auswirkt. Und was haben wir noch? Das war es eigentlich. Kommen wir zu einem Punkt, den ihr noch verbessern könnt. Insgesamt sind in der Vulkaneifel 46% aller Inserate auf VRBO vertreten. Ja, aber nicht. VRBO ist ein klassischer Anbieter für Märkte, die saisonal sind, für Ferienregionen wie Ostsee, Nordsee und offensichtlich auch die Vulkaneifel. Und es könnte sich in eurem Fall lohnen, dass ihr auf VRBO beziehungsweise in dem deutschen Ableger FEWO direkt ein Inserat erstellt. Sehr häufig habe ich schon gehört, dass von Anbietern, die dort inserieren, dass da überhaupt keine Buchungen bei rumkommen. Bei uns in der Stadt habe ich vielleicht drei, vier, fünf Buchungen auf alle Inserate im Jahr. Deswegen, ich pflege diese Einträge auch gar nicht wirklich, weil wir einfach wenig Buchungen darüber bekommen, wenig Traffic. In eurem Case könnte es sich aber wie gesagt lohnen. Und dann kommen wir jetzt einmal zu der spannenden Frage, Was schätze ich denn, dass ihr mit diesem Inserat umsetzt? Basierend auf eurer Belegung würde ich schätzen, dass ihr bei einem Durchschnittspreis von um die 350 Euro im Schnitt im Jahr rauskommt, sagen wir 330, 350, sowas in der Richtung und dass ihr ungefähr 40.000 Euro Jahreseinnahme macht. Es werden sicherlich noch einige Buchungen dazukommen. Das heißt, es kann durchaus auch noch weiter nach oben gehen. Jetzt schätze ich aber auch mal, dass ihr einige Eigenbuchungen drin habt, sprich Eigennutzungen, die ihr nicht bepreisen könnt und entsprechend wieder abzuziehen sind. Also so um die 40.000 würde ich mal schätzen, habt ihr einen Umsatz mit diesem Objekt. Würde mich sehr, sehr freuen zu erfahren, ob das ungefähr in die Richtung geht. Mal für euch zum Vergleich, Pricelabs attestiert euch 11.000 Euro Jahresumsatz und AirDNA attestiert euch 29.000 Euro Jahresumsatz. Wie gesagt, ich glaube, der wird deutlich höher sein als das, was diese beiden Tools da ausgespuckt haben. So, das war's zur Review eures Inserats. Ich hoffe, da waren einige gute Punkte für euch dabei. Für alle anderen, ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen für eure eigenen Inserate, habt Bock, auf Airbnb durchzustarten und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.